So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Part Fortnite. Hallo Leute, Fortnite hat ein neues Update gehabt und die neue Woche von den Herausforderungen ist da. Die zweite Woche, da sind Elimi-Gegner bei Tomato Town, Elimi-Gegner mit Explosionen, Waffen, Suche zwischen Vogelschein und Hot World, einen großen Bildschirm, okay. Tanze verschiedene Filmkameras, nice, sieben Stück. Ja, da haben wir ja echt, hat sich was verändert. Wir haben auch einen neuen Modus, Infanti-Handschuhe. Das ist so ein neuer Modus, da kriegen wir einen Typen, Nunes, Avenger, Infanti-Handschuhe. Spiele jetzt Tonas, im zeitlich begrenzten Mush-Out von Avengers, oh mein Gott. Ja, der soll irgendwie auf der Karte zu finden sein, dann sammelst du die Handschuhe ein, dann hast du irgendwie auch 700 Leben oder so. So, da sieht der den im Hintergrund, das soll er sein, soweit ich mitbekommen hab. Ja Leute, wir gucken uns einmal den Modus an, wir machen mal ein, zwei Runden. Und dann gucken wir, was da so Sache ist. Ja, wie immer alle gleich die Noobs hier. Wie sie immer alle wieder tanzen müssen, ne, das ist ja nicht mehr normal. So, dann gucken wir uns an. Von vornherein gibt's auch schon ne Zone, die ein bisschen kleiner ist. Und die Zone, Leute, die bewegt sich auch schon direkt, damit ihr Bescheid wisst. Das ist nämlich sehr interessant auch. Aber trotzdem, ähm, desto ist auch Fortnite nicht mehr so mein Ding. Ich zocke es zwischendurch nochmal, das steht fest. Aber so oft werd ich das nicht mehr zocken, weil einfach nur noch aktive Pro-Gamer drin sind, wo du echt keine Chance mehr hast als normaler, durchschnittlicher Spieler. Und auch heute, ich hab heute schon den ein paar Mal getestet und bin gelandet, direkt tot gewesen. Gelandet, direkt tot gewesen. Total einfach scheiße gemacht von denen. Da sag ich, die gehen da hin. Ich wollt schon sagen, der geht ja zur Kiste, aber nein. Dann, das ist richtig nervig, Leute. Also, muss ich echt sagen, das ist im Moment echt... Fortnite ist nicht mehr mein Ding, muss ich sagen. Es hat mal Spaß gemacht, aber mittlerweile nicht. Du sterbst einfach nur noch. Also, ich hab echt, ganz ehrlich gesagt, keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber, wie gesagt, zwischendurch mach ich das noch. Es macht zwischendurch auch nochmal Spaß. Auch wenn man nicht gewinnt, es macht aber einfach Spaß. Aber am und zu mal regt das Spiel einfach nur noch auf. Deswegen hoffe ich ja, Leute, ihr kennt das neue Spiel H1Z1. Das ist auch ein Battle Royale. Das kommt auch bald auf die PS4. Richtig chillig. Da ist er. Da seht ihr oben. Guck mal, 700 Leben und 300 Schild hat er. So war das. Oh mein Gott, sag ich nur dazu. Richtig heftig. Muss ich ehrlich sagen. Da. Mann, komm schon, Leute. Echt. Ja, komm. Drücken mir einen Hit rein. Habt ihr auch gesehen, Leute. Der ging nicht direkt im Kopf rein. Und ich war sofort down. Das, das meinte ich. Es macht einfach keinen Spaß mehr, Alter. Echt. Dieses Hecht. Diese Leute, echt. Die müssen mal echt Server machen, Leute. Das, das würde ich geil finden. Am Fortnite, wenn die einen Server machen, wo nur noch was weiß ich, durchschnittliche Spieler sind. Und wo man auch mal eine Chance hat, zu gewinnen. Weil wenn ihr auf meine. Toll. Ich kann euch ja mal gleich zeigen. Pass mal auf. Wir gehen gleich mal direkt nach der Runde. Gehen wir mal auf meine. Meine Karriere. Wie gesagt, da, wo ihr sehen könnt, wie viele Siege man hat. Wie viele Spiele man gemacht hat. Damit ihr das mal mitkriegt. Dass ich eigentlich echt im Moment, vor zwei Tagen oder so, habe ich ja noch auf Fortnite gespielt. Aber jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Spiele ich ja nicht mehr so oft. Aber dann machen wir das mal. Dann gehen wir da mal rauf und dann guckt ihr mal meine Spieler an und meine Siege. Dann wisst ihr, was Sache ist. Dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Herzlich. Wer fängt da hier? Moin. Wieso fahren im Moment alle auf den Standard-Tanz? Aber den sehe ich ja im Moment echt ziemlich oft, muss ich ehrlich sagen. Diesen Standard-Tanz. schade ich wollte noch was machen aber hat nicht geklappt so wo springen wir denn diesmal raus pixel verlassen ok in der tat entweder ein typ gehabt sich so schlimm wo springen wir denn raus springen richtung muss die meier ja da werden glaube ich nicht so viele hinspringen plassenpark wir springen einfach mal richtung plassenpark ich springe mal direkt dahin würde ich mal sagen so plassenpark schaffe ich nicht mehr auch bin zu tief gewesen dann gehen wir da zum lootspot da geht ja anscheinend keiner hin oder sieht man hier in der nähe irgendwelche springen hey komm schon bitte bitte nicht lasst mich nun lasst mich nun rolle ist mir wohl das ā psychische lote hadnß pr Song. Komm schon, lass mich doch einfallen, Bruder, hast du doch gesehen, dass ich keine Waffen hab, Mann. Echt? Weißt du, das meinte ich, du drehst dich da um einen Kreis, du siehst keinen, dann fliegst du da direkt hin, bub, ist da einer. Einfach einer. Ja, wartet mal, Leute, jetzt gehen wir mal auf Profil. Guckt euch das mal an. Dann, gespielte Matches, 475, fast 300 Kills in Solo, guck mal, nur drei Siege, Leute, drei Siege. Jetzt geht's in Duo. In Duo, okay, das Duo spiele ich auch nicht so oft, da haben wir nur 187 Spiele gespielt, 112 Eliminierung und Siege 9, auch richtig behindert. Leute, Team, guckt euch das mal an, fast 700 Spiele und Eliminierung 423, 45 Siege, auch nur durch meine Teammates, ich bin richtig oft gestorben da. Deswegen, Leute, ich, ganz ehrlich, Fortnite ist nicht mehr mein Ding. Also, es macht überhaupt keinen Spaß mehr, das Spiel eigentlich richtig großartig zu spielen. Ich werde es nicht mehr so aktiv spielen. Damit ihr auch Bescheid wisst, auch auf YouTube, wird das Spiel nicht mehr so aktiv kommen bei mir. Also, wir haben ja jetzt auch bei Crafting Time, will ich jetzt auch irgendwann bald beenden, das wisst ihr ja eigentlich auch, dass wir Crafting Time beenden wollen. Aber erstmal will ich noch alle fertig bauen, Onimon hat auch noch so viel zu tun und was weiß ich nicht alles. Und das will ich gerne für die noch fertig, also ich will die gerne noch fertig bauen lassen, damit wir eben halt das ARC-Projekt anfangen. Weil auf ARC habe ich im Moment richtig Bock und es gibt auch bald ein neues Spiel, das heißt Konon oder wie auch immer. Und das ist so ähnlich wie ARC, du kämpfst da auch gegen Monster, baust dir deine Base auf und das bin ich auch am überlegen, ob ich das hole. Und das dann nebenbei, neben mein ARC-Projekt, einfach Let's Plays drüber mache. Weil mit Minecraft ist das ja auch nicht mehr so, also es zocken zwar noch viele, aber so beliebt ist es ja nun auch wieder nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen, also kriegt man ja selber mit, wenn man auf YouTube guckt, die ganzen Klicks bei Minecraft und so, das nimmt auch alles ab. Ist ja aber auch klar, dass Minecraft schon so ewig draußen ist und alles. Aber es macht nichts. Zwischendurch wird auch noch Minecraft aktiv weiterkommen bei mir, bloß eben halt erstmal in Minecraft ein Projekt machen. Nein. So Leute, das ist jetzt die letzte Runde. Wenn die jetzt nicht irgendwie gut läuft, dann könnt ihr euch drauf richtig einstellen, dass erstmal ein paar Tage kein Fortnite kommt. Ich auch kein Fortnite mehr zock. Ohne mal, ich hasse es akkultiv einfach nur noch im Moment. Und Molly muss auch bald zur Arbeit, der wollte eigentlich schon längst offen haben. Oh mein Gott Leute, was ist denn los? So, wenn jetzt hier auch auf einmal einer in der Nähe ist, ne, dann rast dich aus. Guckt euch das an, Alter, wie die alle hinterher kommen. So. So. Gucken wir mal. Wir sterben bestimmt gleich wieder direkt, weil gleich irgendwie einer auftaucht, der mich killt. Wo ist denn eingeschlafen, Conan? Irgendwo sind die Handschuhe. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Ich hoffe, ihr habt den Ton gehört. Das hat sich echt hart angehört gerade. Alter, der Ton war ja extrem hart gerade, ey. Oh mein Gott. Gucken wir das mal ab. Ich weiß nicht, wo die Truhe ist. Das hört sich nach außen an. Aber wir gucken mal. Wir gehen mal hier rein. Machen hier mal die Wand kaputt. Gucken wir mal hier unten. Stehen wir da draußen, ist ein Hündekörbchen. Den haben wir. So. Da versuche ich mich einer zu snipern. So sind wir aber nicht zu. Warte mal, da vorne rennt einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. So, den haben wir. Schnell weg hier. Schnell. Schnell, schnell, schnell weg. Erstmal. Wo ist der? Da haben wir ein paar Hits gedrückt. Oh mein Gott, Leute. Die Runde läuft ja gerade echt gut. Ja, diesmal macht das wieder Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da unten bewegt er sich. Was? Komm. Bitte. Niemals, Alter. Leute, guckt euch das an. Was die immer für ein Aim haben, Alter. Egal. So, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Livestream von mir. Euer ModGDR19. Tschüssi, Kowski.